gute nacht für euch für euch alle nummer 111 111 heute ist noch freitag freitag der 17 juli 2020 nachtvorstellung von günther kunert unsichtbar verharrt hinter deinem klapsitz die fürstin der finsternis dir zu diensten ihre versprechen leuchten auf der leinwand wahrhaftig katzengold glimmer ich weiß kein entrinnen in 90 minuten vergehen jahre und jahrzehnte bis sie dich entlässt ausgeblutet und zum fremdling gemacht um den preis des empfindens heim ins nunmehr unbekannte ein bisschen in eigener sache heute und nach gefühlt sehr langer zeit hoffe ich dass wir uns ab jetzt wieder öfter sehen ich wünsche euch eine gute nacht bis morgen